Kaum ein Charakter wird über die letzten Jahre so sehr besprochen wie Roxy Zabek und das, obwohl er persönlich gar nicht in der Story vorhanden ist, was einfach unglaublich ist, denn er hat einen mindestens genauso großen Einfluss über die knapp letzten 150 Kapitel wie Roger selbst und ich würde sogar behaupten, mehr Einfluss gerade über die letzten 2, 3, vielleicht 4 Jahre, seit er gedroppt wurde und seit wir eigentlich fast jede Woche neue Theorien zu ihm bekommen, neue Gespräche und Diskussionen führen und immer wieder auch im Manga neue Momente bekommen, die auf ihn zurückfallen. Jetzt aktuell wurde Miss Buckingham Stussy, ja Miss Buckin, wie sie zuvor hieß, bestätigt als ehemaliger Rox-Pirat. Das war immer die allgemeine Theorie seit damals, als das ganze Rox-Thema angefangen hat und mit dieser Bestätigung kann man natürlich nur automatisch wieder über Rox sprechen, doch in diesem Video möchte ich vor allem mal über eine Sache sprechen und zwar, wer war er eigentlich, was wissen wir über ihn und wie groß ist sein Einfluss denn wirklich, denn eins ist interessant, hätte es Rox nie gegeben, dann wäre Ruffys Weg wahrscheinlich ein ganz anderer gewesen. Und zu Rox gibt es aktuell 2 Bilder, 2 Bilder, die wir bis jetzt bekommen haben, die im Schatten gehüllt sind, aber wir doch ein bisschen was rausfiltern können. Er war ein anscheinend normal großer Mensch, denn Whitebeard, Big Mom und Kaido waren deutlich größer als er. Er scheint wohl in einer Shanks-Größe, sag ich mal, zu sein, also ein etwas größerer, ausgewachsener Mann und wir wissen, dass er lange, lockige Haare hatte, beziehungsweise auf dem einen anderen Bild haben wir ihn mit gespeikten Haaren, also stachligen Haaren zu sehen. Und ja, ein Bild zeigt uns ganz gut sein Gesicht, er sieht aus wie eine Mischung zwischen Doflamingo und Dragon, wenn man die beide fusionieren würde, dann hätten wir wahrscheinlich Rox die Sebek. Kommen wir aber zu seinem Werdegang und das, was wir darüber wissen und zwar ist es so, dass damals auf der Insel Hachinoso, die aktuell im Geschehen von Blackbeard beherrscht wird, Rox und einige andere Piraten zusammen die Rox-Piraten gegründet haben, mit dem Ziel, an Schätze zu kommen und das natürlich auf schnellste Weise und das, indem man natürlich die stärksten Stärken der One-Piece-Welt zusammenfügt. Was man natürlich auch geschafft hat. Diese Crew war aber nicht die normalste Crew, denn es ist so, dass untereinander gekämpft und gemordet wurde, ja. Also die haben sich wirklich selbst gegenseitig umgebracht und bekämpft, sodass sich die Stärksten herausgefiltert haben und dann letztendlich auch diese ganz legendäre Crew entstanden ist. Und das gibt uns ein gutes Anzeichen dafür, dass Rox unglaublich stark gewesen sein muss. Nicht nur, dass es Roger und Garb damals gebraucht hatte, in ihrer Prime wahrscheinlich, um ihn überhaupt besiegen zu können, denn er hat sich ja wahrscheinlich auch gegen seine Crew behaupten müssen und das war wahrscheinlich eine ganz große Herausforderung, weil wenn die schon alle untereinander gekämpft haben, dann hat sich der eine oder andere wahrscheinlich mal gedacht, wieso hole ich mir nicht den Käpt'n und ersetze ihn. Also muss Rox da schon ganz schön dominiert haben und das Sagen gehabt haben und das natürlich auch mit seiner Präsenz und Stärke. Und mit dieser legendären Crew war es damals die Ära von Rox, ja. Vor Roger und seiner Ära zusammen mit Whitebeard ist es so, dass Rox damals alles bestimmt hat. Die See gehörte ihm. Man könnte eigentlich sagen, er war damals so etwas wie der Piratenkönig, auch wenn es den Titel damals nicht gegeben hat, hätte es vielleicht jemand wie er verdient gehabt. Dann gibt es noch etwas ganz Interessantes zu Roxy Selbeck und zwar ist es so, dass Whitebeard, Big Marm und Kaido sich sehr abfällig ihm gegenüber geäußert haben, was nochmal dazu passt, dass diese Crew untereinander verfeindet war. Aber es ist auch so, dass wir genaueste Infos über ihn und seine Ziele hatten und zwar, er wollte König der Welt werden. Ganz, ganz wichtig. Natürlich, damals gab es nicht sowas wie Piratenkönig, sondern er wollte sich wirklich mit der Weltregierung anlegen und hat das ja auch versucht auf God Valley. Und darüber hinaus ist es sogar so, dass er an den Geheimnissen der Welt bzw. Weltregierung interessiert war, ja. Und da könnten wir natürlich jetzt Dinge reinwerfen wie die wahre Geschichte, die Pornoglyphe, die antiken Waffen, Love Tale und was auch immer es davon gewesen ist, ja. Und vielleicht sogar alles. Wir wissen nicht, wie sehr er natürlich hinter Pornoglyphen hinterher war bzw. wie sehr er schon Wissen darüber gesammelt hatte oder was ihn dazu beeinflusst hatte. Aber es ist so, dass er ganz schön, ja, die Zielscheibe der Weltregierung wurde. Und sein weitreichender Einfluss zeigt ganz gut, dass man ihn aufs Level von Roger stellen kann und das ohne Bedenken und vor allem Roger der perfekte Gegner für ihn war, um diese Ära dann zu seiner zu machen. Denn nach der Rocks-Ära gab es die Roger-Ära. Wie kam es aber dazu? Wir wissen ganz genau, wie es dazu kam. Und zwar gab es eine Insel namens God Valley. Eine Insel, wo die Teneriobito und ihre Sklaven hausten. Und dort hat sich ein ganz großes Event zugetragen und zwar der God Valley-Vorfall. Ein großer Krieg zwischen den Rocks-Piraten, der Marine, vor allem Gab und Roger und wahrscheinlich seiner Crew. Also ein ziemlich großer Auflauf an riesigen Charakteren. Und damals im Manga wurde schon gesagt, meine Güte, das ist ein ganz großer Cast. Ja, irgendein Marine-Typ hatte das reingeworfen und so ist es auch, weil Teneriobito und ihren Sklaven und er weiß, was da noch für Charaktere drunter waren. Die Rocks-Piraten mit den ganzen Legenden, die Marine mit Gab und dann Roger und seine Crew. Das ist einfach völlig übertrieben. Ja, das wäre in One Piece natürlich einer der ganz großen Arks. Ja, so ein Wawano Kuni oder so ein Marineford oder sowas wäre es dann gewesen. Bloß halt in dieser alten Ära und sogar in der Ära vor Roger. Letztendlich ist es aber so, dass Rocks zu diesem Moment besiegt wurde. Was wirklich genau mit ihm passiert ist, das wissen wir nicht. Ja, es wird nur gesagt, er ist nicht mehr auf dieser Erde. Ja, er wandelt nicht mehr auf dieser Erde, was auch immer das heißen soll. Aber vermeintlich ist er gestorben und ob das jetzt wirklich so ist, ey, das können wir an einem anderen Zeitpunkt diskutieren. Das ist nicht Thema dieses Videos. Es ist aber so ein Fifty-Fifty-Ding. Vielleicht gibt es ihn noch irgendwo da draußen, ja, wie so ein Voldemort-Verschnitt. Vielleicht ist er wirklich tot und es ist einfach wirklich sein Wille, der weitergetragen wird, was ein sehr großes Thema in der One Piece-Geschichte ist. Dass halt jemand nicht direkt stirbt, wenn er gestorben ist, sondern dass halt noch ein bisschen was weitergetragen wird. Und ja, bei Rocks nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön viel. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Kommen wir erst mal zur Crew von Rocks. Das sind die nächsten Charaktere, die wir durchgehen müssen. Und allem voran natürlich erst mal so dieses Dreiergespann, die Legenden Kaido, Big Mom, Whitebeard. Ja, die ja jetzt vor kurzem eigentlich alle draufgegangen sind. Kaido und Big Mom im Wano Kuniak. Vermeintlich müssen wir natürlich abwarten. Gibt es immer noch Leute, die sagen, die sind nicht tot. Aber ja, ich weiß es nicht. Ja, also ich persönlich habe da kaum eine Meinung zu. Wenn ich ganz ehrlich bin, einfach weil es so übertrieben mit dieser Vulkan-Explosion war, wo ich nicht so ganz weiß, ob die jetzt nochmal zurückkehren oder nicht. Es wirkte sehr final, aber auf der anderen Seite sind es Kaido und Big Mom, ja. Aber Whitebeard, der ist natürlich in Marineford draufgegangen. Und Whitebeard ist hier so ein bisschen der, der so rausfällt. Weil wir haben mit ihm nicht viel in Bezug auf Roxy Zabek, ja. Wir wissen nur, dass Whitebeard ihm nicht gut gegenüberstand und sich auch abfällig gegenüber ihm geäußert hat. Was übrigens die drei gemeinsam haben. Die wollten auch alle nichts mehr davon wissen. Deswegen ist dieser Name Roxy auch in der Geschichte halt so untergegangen. Weil die drei das nicht weitergetragen haben. Die drei haben sich einen eigenen Namen gemacht und haben die Geschichte hinter sich gelassen. Und bei Whitebeard ist das so, da habe ich eine Vermutung und die habe ich auch schon öfters geäußert. Und zwar, mich würde eins nicht wundern. Und zwar, Roger und er, die standen sich zwar als Rivalen gegenüber, aber irgendwie waren die doch sowas wie Freunde. Und mich würde nicht wundern, dass das dieser Zeitpunkt war, als sich das geformt hat. Dass man eine freundschaftliche Rivalität hat. Und zwar, dass Whitebeard erstmal Roger zu diesem Zeitpunkt geholfen hat. Wir wussten, die Rocks kämpfen ja sowieso schon untereinander und sind befeindet. Dann wäre es nicht so weit hergeholt zu sagen, dass Whitebeard vielleicht derjenige war, der zu Rogers Seite übergegangen ist und gegen die Rocks weiter gekämpft hat. Und so hätte es vielleicht mehr Sinn gemacht, diese unglaublich riesige Crew zu besiegen, wenn man überlegt, wer da alles anwesend war und gab. Und Roger, so stark wie sie auch wahrscheinlich waren in ihrer Prime, weiß ich nicht so ganz, ob die zig Kaliber aus der Rocks-Crew dann alle besiegen konnten. Und bei Kai und Big Mom wissen wir vor allem auch ein bisschen was. Kai wurde sehr früh von Rocks rekrutiert in seinem Leben. Big Mom hat ja erstmal so ihr Ding gemacht, kann man eigentlich sagen, und ist dann ein bisschen später dazugekommen. Big Mom ist nach dem God Valley-Vorfall nach Hachinoso zurückgekehrt. Wahrscheinlich den ausgemachten Treffpunkt, falls vielleicht irgendwas schief läuft oder so. Aber auch da hat sie nach Kaido gesucht. Kaido war aber nicht mehr aufzufinden. Kaido ist abgehauen, ja. Spurlos verschwunden, hat dann irgendwann sein eigenes Ding gemacht. Und Kaido, wissen wir, hat immer sehr viel über Verrat gesprochen. Und bis heute frage ich mich eins und zwar, hat Rocks ihn verraten auf eine gewisse Weise oder hat er Rocks verraten? Und dann haben wir das Szenario, dass irgendwie alle Rocks-Piraten gegen Rocks waren am Ende des Tages oder hat Big Mom noch zu ihm gehalten? Also wir sehen so ein bisschen was, gerade mit Kaido und Big Mom zusammen. Big Mom, die zurückgekehrt ist zum Treffpunkt der Rocks und Kaido, der nicht gekommen ist. Dass Kaido vielleicht jemand ist, der sich in der Crew nie wirklich dazugehörig gefühlt hat. Wie schnell er halt einfach, ja, das Ganze aufgegeben hat. Wie wir zum Beispiel ja dann im Gegensatz dazu bei den Whitebeards sehen, die sind zusammengeblieben, ja. Und haben dann noch im Timeskip zusammen gegen Blackbeard gekämpft und sowas. Und nur weil der Käpt'n halt weg ist, heißt das ja nicht, dass man nicht weitermachen kann. Aber die scheinen hier alle irgendwie dann doch in alle Himmelsrichtungen sich verstreut zu haben. Und gerade Kaido sagt sich direkt, ja, okay, ich bin weg. Goodbye. So, Rock ist weg. Okay, cool. Ich mach mal ein Ding. Als nächstes haben wir von einem Charakter erfahren, der mich so ein bisschen gewundert hat, weil ich nicht weiß, wie Oda mit ihm umgehen wird in Zukunft. Und zwar Shiki, der goldene Löwe. Ja, der Filmcharakter aus Strong World müsste es gewesen sein. Und es ist merkwürdig, weil ich kann mir einfach eins nicht vorstellen. Er ist zwar im Manga erwähnt, ja, und gerade mit dem Impel-Down-Ausbruch und sowas. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Oda ihn jemals wirklich in den Manga integriert und sagt, der spielt jetzt eine größere Rolle. Also ich hab das Gefühl, dass Shiki einfach so ein bisschen Fanservice ist und nicht weiter irgendwie irrelevant wird. Ja, und immer mal wieder vielleicht eine Erwähnung findet, aber das eigentlich schon fast alles mit ihm war. Und ich würde ihn deswegen erstmal so ein bisschen als Fremdkörper hier behandeln und ja, eigentlich direkt weitergehen. Als nächstes wird es aber ganz interessant und zwar kommen wir zu Ochoku oder ja, seinen chinesischen Originalnamen, Wang Xi. Und ja, das ist wirklich jemand, den hat es in unserer Geschichte gegeben als chinesischen Piraten, diesen Wang Xi. Und es ist so, dass Ochoku darauf basiert, ja, und dass eigentlich sein richtiger Name wäre halt aus dem Chinesischen in Japanisch, der Ganze halt umgewandelt wurde. Und es ist so, dass wir erst vor kurzem von dem so richtig erfahren haben. Ja, diesen Namen, der wurde damals auch zusammen mit den Rocks gedroppt. Aber jetzt haben wir erfahren, dass er derjenige war, der nach Rocks Hachinoso an sich gerissen hatte, Hachinoso beherrscht hat und vor kurzem im Rockyport Vorfall, im Timeskip von Kobe und Blackbeard zusammen besiegt wurden, sodass Blackbeard Hachinoso an sich reißen konnte. Blackbeard hat also gegen einen Rockspiraten gekämpft, was super interessant ist. Ja, Kobe übrigens auch in dem Sinne war auch schon mal damit ganz gut verbunden. Und wir wissen ja, Kobe ist ja jetzt von Blackbeard entführt worden. Also, falls wir dann irgendwann den Blackbeard-Ark haben, und dazu kommen wir gleich ganz ausführlich, ist es so, dass Kobe da wieder drin involviert ist mit dieser ganzen Rocks-Thematik. Aber dieser Charakter, den hätte ich gerne nochmal gesehen. So, ich frage mich, was mit ihm jetzt passiert ist. So, ist er draufgegangen, hat Blackbeard ihn auf dem Gewissen oder gibt es ihn noch irgendwo in der Zelle auf Hachinoso? Das wäre interessant, weil das wäre jemand, der uns dann nochmal ein bisschen Einblick mehr geben könnte über die ganze Rocks-Zeit. Dann haben wir jemanden, zu dem wir noch keine Infos haben. Es ist eigentlich so ziemlich der Einzige, und zwar Silver X. Ja, also die silberne Axt. Und da gibt es keinerlei Information. Wir haben nur seinen Namen. Im Wiki gibt es nicht mal den Namen, wo man draufklicken kann. Ja, der ist da nur geschrieben. Man kann nicht draufklicken, weil es nichts gibt zu diesem Charakter. Ich bin gespannt, wann der erwähnt wird, wann der auftaucht, wo er vielleicht schon aufgetaucht ist. Ja, ich meine, es gibt ein paar Axt-Kämpfer in One Piece. Skopagaban würden viele reinwerfen jetzt natürlich. Und ich bin gespannt, was es damit so auf sich hat. Ja, wer weiß, was Skopagaban auch wirklich bei den Rocks-Piraten und das dann zu Roger, falls es so vom Alter passen würde. Und ich bin sehr gespannt auf diesen Charakter, weil Äxte sind jetzt auch nicht irgendwie so die Standardwaffe, sage ich mal. Und deswegen hoffe ich, dass da nochmal jemand dazu kommt. Ich meine, wenn es nicht Skopagaban ist, dann zumindest ein anderer Charakter, der mit einer krassen Axt kämpft und einfach was drauf hat. Und die Rocks-Piraten müssen ja alle irgendwie auf einem gewissen Level dann gestanden haben, sodass die in der Crew nicht untergegangen sind. Und deswegen muss der natürlich auch was drauf gehabt haben. Aber kommen wir zu einer großen Legende der One Piece-Welt. Und zwar Captain John. Ja, den Namen, den wahrscheinlich die meisten von euch sowieso im Kopf haben. Ja, bei Ochoku ist es so, den kann man ja leicht mal vergessen. Aber Captain John weiß natürlich jeder direkt eins. Und da geht der Einfluss von Rocks zu John zu Buggy. Ja, Buggy der Clown. Der sucht immer noch nach dem großen Schatz von Captain John. Ein Pirat, der so gierig war, dass letztendlich seine Crew nach den Rocks Meuterei begangen hat und ihn getötet hat, weil er seine Schätze nicht teilen wollte. So gierig war er. Und diesen Schatz, diesen ganz, ganz, ganz heftig großen Schatz, der ist eine weitere Legende der One Piece-Welt. Vielleicht sogar der zweitgrößte Schatz, wenn es um Legenden geht, nach dem One Piece. Und dieser Schatz liegt irgendwo. Buggy hat im Impel Down die Karte von Ruffy bekommen. Übrigens Captain John auf der Thriller-Bug von Gekko Moria zu sehen gewesen als Zombie, ja, der Körper von Captain John. Natürlich mit einem anderen Schatten dann drin. Aber der alleine war einer der Zombie-Generale. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Körper einfach natürlich eine gewisse Stärke schon alleine aufweist und wahrscheinlich nicht wegen dem Schatten ein Zombie-General draus gemacht wurde, sondern wegen Captain Johns körperlicher Beständigkeit und seinen Fähigkeiten, die da natürlich mitgekommen sind. Und wir haben ihn damals im Thriller-Bug-Ark gehabt. Das müsst ihr euch mal überlegen, wie weit das zurückgeht. Und da hat sich Oda wahrscheinlich schon gedacht, ja, das ist ein Rockspirat. Ja, weil der muss ja schon immer Rocks irgendwie in gewisser Weise geplant haben, gerade in Bezug auf Blackbeard, gerade in Bezug auf Shanks, zu denen wir natürlich auch noch kommen. Aber Captain John, den haben wir seit, ich habe es mir sogar noch mal aufgeschrieben, Kapitel 451, ja, das sind was, knapp 800 Kapitel mittlerweile oder 7 bis 800 zurückliegend, dass wir den bekommen haben. Und ich werfe mal eine kleine Vermutung mit rein. Und zwar dadurch, durch das sich Rocks ja sowieso so ein bisschen die ganze Zeit durchzieht, wie so ein roter Faden, könnte ja in diesem Schatz auch etwas vorhanden sein, ein Objekt oder irgendwas Nützliches, was Rocks selbst gehört hat. Ja, vielleicht auch Informationen über Rocks und vielleicht auch ein Logbuch von Captain John, wo wir ein bisschen Geschichte von Rocks bekommen. Aber ich denke nicht, dass wir diesen von Gier angehäuften Silber- und Goldschatz haben, sondern dass da ein bisschen mehr noch mit dabei sein kann. Und mich würde nicht wundern, wenn Buggy dort etwas findet, was vielleicht sogar in die Richtung der Weltregierung geht oder der großen Geheimnisse, weil Rocks hat ja die großen Geheimnisse irgendwie so ein bisschen angestrebt und erfahren wollen. Und vielleicht ist dort Wissen vorhanden, ja, was natürlich auch ein Schatz sein kann und Teil eines Schatzes sein kann. Und so gierig wie Captain John war, vielleicht war er auch jemand, der Rocks etwas geklaut hat, ja. Und das könnte dort liegen. Deswegen muss man den immer im Kopf behalten. Alleine mit Buggy, natürlich. Ich denke, wir sollten sehen, wie Buggy diesen Schatz irgendwann findet. Und ich hoffe mal, dass es vor Love Tale passiert, falls Buggy dann auch wirklich mit nach Love Tale kommen sollte. Und vielleicht könnte Buggy dann etwas haben, was ihn wieder, ich sag mal, einflussreicher macht, stärker macht und wieder halt völlig ins Geschehen bringt. Und das hätte halt vor allem damit zu tun und könnte wieder natürlich in die Rocks-Richtung dann gehen. Und uns wird diese Crew lange nicht in Ruhe lassen, vor allem, ja, mindestens bis Blackbeard. Aber ich denke, Buggy muss, wie gesagt, auch erstmal diesen Schatz finden und somit wird das auch immer eine große Rolle spielen. Übrigens, ganz wichtig, Captain John ist gerade in der Nähe von Blackbeard. Ja, dieser Körper ist auf der Thriller-Bark. Wo haben wir Moria zuletzt gesehen mit seiner Thriller-Bark? Bei Hachinosu Blackbeard. Wenn da noch der Körper von Oshoku liegt, ich will jetzt nicht irgendwas Verrücktes heraufbeschwören oder so. Ja, ich will nicht in die Naruto-Richtung gehen mit, was war es, Edo Tensei, was hieß das so? Ich glaube schon, wo alle als Zombies da zurückgekommen sind. Aber es ist merkwürdig, wie sich die Körper alle so Blackbeard annähern. Ich sag's nur, ja. Also, hier ist auch natürlich ein bisschen Spekulation drin in diesem Video. Das ist auch ein bisschen natürlich Sinn davon. Und deswegen interessant, dass Captain John und Oshoku gerade sehr nah dran sind und vielleicht sogar auf Hachinosu anwesend sind. Zumindest deren leblosen Körper. Und zu guter Letzt haben wir dann natürlich Miss Buckingham Stassi, die uns zuletzt aufgeklärt wurde als auch Rockspirat. Das ist Miss Bucking gewesen. Ich glaube, wir nennen die weiterhin wahrscheinlich Miss Bucking. Und den Klon nennen wir Stassi, denn das war die große Aufklärung, dass Stassi, die CP0-Doppel- oder Triple-Agentin, was auch immer, es ist eigentlich, sie spielt ja irgendwie auf jeder Seite, aber ist doch Vegapunk-zugehörig, dass wir da den Klon haben. Und es ist so, dass sie ja noch den vermeintlichen Klon von Whitebeard dabei hat. Und somit kommen wir mal zu Vegapunk. Vegapunk war zum Zeitpunkt des God Valley Vorfalls 27 Jahre alt. Das bedeutet, er hat sein ganzes frühes Leben mitbekommen, wie Rocks aufgestiegen ist, wie sich die Crew geformt hat, wer dort alles anwesend war. Er hat wahrscheinlich die großen Machenschaften von Rocks mitbekommen. Und das ist interessant, denn der junge Vegapunk könnte vielleicht ein gewisses Interesse an den Rocks gehabt haben. Und das kann man auch einfach nicht abstreiten, denn er hat Whitebeard vermeintlich geklont. Ja, das ist aktuell noch so ein bisschen eine graue Zone. Es ist halb bestätigt. Miss Buckingham hat eine Bemerkung abgegeben Richtung Vegapunk und Weevil. Deswegen können wir es sehr stark annehmen, weil sie sagt, Vegapunk kann es beweisen. Ja, was soll das bedeuten? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ey, wenn es nicht stimmt, okay, dann stimmt es nicht. Aber wir können sehr stark davon ausgehen. Dann wurde natürlich sie selbst geklont. Das ist auch ganz wichtig. Heißt, wir haben schon mal zwei Rockspiraten, die geklont wurden. Aber nicht nur das. Wir haben ein drittes Element. Und zwar hat Vegapunk Kaido bei sich gehabt und an ihm herum experimentiert und vor allem Richtung Teufelsfruchtforschung. Und was hat er gemacht? Er hat die Teufelsfrucht von Kaido genommen und die nochmal geklont. Die hat letztendlich Momonosuke gegessen. Und wer weiß, was er nicht alles noch hätte machen können. Denn er hat ja wahrscheinlich die DNA von Kaido genommen. Und er hätte wahrscheinlich, wenn er genug Zeit gehabt hätte, Seraphim Kaido kreieren können. Mich würde jetzt übrigens nicht wundern, wenn der noch auftauchen sollte. Falls noch mehr Seraphim vorhanden sind. Denn die ganze DNA, die Vegapunk ja da schon seit vielen Jahren gehabt haben muss, von Kaido und Co., hätte doch eigentlich auch in die Richtung gehen können. Aber schauen wir erst mal, was da passiert. Jetzt ist natürlich das Ding, er war absolut drin als junger Kerl. Damals, ja, seine Teenager-Jahre, seine 20er, die hat da komplett Rocks mitbekommen. Bis zum God Valley-Vorfall, als er fast 30 war. Und hat jetzt die drei Rocks-Elemente nachgemacht. Ist das Zufall, dass die Rocks eher immer zu ihm gefunden haben? Oder hat das einen gewissen Grund? Ja, und ja, ist es letztendlich so, wie viele Theorien es annehmen und wie auch ich schon das als Möglichkeit reingeworfen hatte, dass vielleicht da draußen doch irgendwo ein Rocks-Elemente-Klon rumrennt. Und somit kommen wir zu Blackbeard, der natürlich dann den Theorien nach der Klon sein könnte. Er könnte aber auch der Sohn sein. Ja, würde vom Alter ja dann auch passen. Er wäre ja schon zwei Jahre vor dem Verlust seines Vaters am Leben gewesen. Und er könnte aber auch einfach nur jemand sein. Und da in die Richtung werde ich übrigens gleich, überraschenderweise für vielleicht alle, gehen. Er könnte einfach nur jemand sein, der sehr inspiriert wurde. Aber wir schauen uns erst mal an, was hat er denn alles mit Rocks die Sebeck überhaupt gemeinsam? Und da ist natürlich ja allem voran das offensichtlichste sein Schiff. Saber of Sebeck heißt das Schiff von Blackbeard. Ist natürlich schon mal ein Name, kannst du nicht irgendwie von Hand weisen. Also ist es klar, dass er in irgendeiner Weise eine große Verbindung zu Sebeck hat und dieses aber auch zeigen möchte. Dann aber auch eine weitere Verbindung, hatte ich gerade schon bei Ochoco reingeworfen. Er hat sich Hachinoso geholt. Er hat Ochoco besiegt, der vielleicht respektloserweise nach Sebeck sich dachte, okay, ich bin jetzt der Boss, das gehört mir. Und Blackbeard sich dachte so, nein, das ist Sebecks Gebiet, das gehört mir. Ich bin der Nachfolger von Sebeck und nicht du. Also hat er sich Hachinoso geholt, mit der Hilfe, wie gesagt, von Kobe. Dann kommen wir zum Punkt, der mir persönlich sehr gefällt, als Inspiration für Blackbeard, und zwar sein Verhalten in Impel Down. Etwas, wo man erstmal nicht unbedingt drauf achtet, aber wenn man drüber nachdenkt, merkt, dass es eigentlich dasselbe Verhalten ist. Und es ist so, dass Blackbeard in Impel Down in Level 6 müsste es gewesen sein, den Leuten gesagt hat, kämpft. Die Stärksten von euch kommen in meine Crew. Ist das nicht ein Roxy-Sebeck-Verhalten? Ich würde sagen, aber absolut. Und das hat sich dann letztendlich auch abgespielt. Alle in diesen Zellen wurden getötet, von Vasco Short, Katharina DeVore, Avalo Pizarro und wie sie nicht alle heißen natürlich. Und die sind letztendlich in die Crew gekommen. Alles auch hohe Schwerverbrecher der Welt, die man auch aus der Geschichte teilen wollte, die letztendlich jetzt bei den Blackbeards vorhanden sind. Und wir hier dann dieses Konzept der Rockspiraten hatten, wo sich nur die Stärksten herausgefiltert hatten und die Schwachen zurückgeblieben sind. Und letztendlich so diese Supercrew entstanden ist, hatten wir dann hier in einer sehr vorgespulten Variante, ja, eine sehr beschleunigte Variante, was natürlich zu Blackbeards Plan gehörte. Wir wissen ja, er ist übertrieben durchdacht und natürlich ein sehr geplanter Mann, der genau weiß, wie er zu seinem Endgame kommt. Und da wusste er, ich mach's so wie Zabek hier in den Bedauern, so wie es sich halt auf diesem Schiff abgespielt hatte. Und so kam er zu seiner Crew. Super interessanter Punkt. Dann gibt's natürlich noch einen sehr offensichtlichen Vergleich. Und zwar, beide haben einen D im Namen. Darf man natürlich auch nicht auslassen. Und ich frag mich immer eins, und zwar, wenn Blackbeard vielleicht wirklich nur inspiriert ist, ja, und keine wirkliche Verbindung zu Zabek herrscht, wäre er vielleicht gar kein D? Stellt euch das mal vor. Eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, würde ich sagen, dass, wenn er tatsächlich nur ein Fan ist, so wie Bartholomeo zu Ruffy, dass er sich einfach dieses D im Namen gegeben hat. Einfach, um ähnlicher zu Zabek zu sein. Ja, vielleicht auch seine Lache. Wir sehen ja Zabek, dieses eine Close-Up-Bild, auch wenn es sehr im Schatten gehalten wird, dass er ein sehr riesiges Lachen hat. Auch etwas, das sich Blackbeard einfach angeeignet haben kann, um wie Zabek zu sein. Ja, er hätte also so gesehen, halt umso mehr Zabek sein wollen, wenn er es halt nicht wirklich, ja, schon sein sollte, beziehungsweise nicht sein Sohn ist. Jetzt kommen wir mal zu zwei Punkten, aber die ein bisschen widersprüchlich zu diesem ganzen Zabek-Konzept sind. Und zwar ist es so, dass Blackbeard König der Piraten werden möchte. Er will nicht König der Welt werden. Er hat gesagt, er will König der Piraten werden. Das ist natürlich nicht unbedingt das Ziel, welches Zabek hat. Ebenso greift Blackbeard nicht irgendwie jetzt völlig stumpf die Weltregierung an und hat dort erstmal, ich sag mal, nicht die größten Verbindungen hin. Dann haben wir noch die Teufelsfrucht von Blackbeard. Und da ist es interessant, dass er von Anfang an bei den Whitebeards war, mit dem Plan, an diese Frucht ranzukommen. Und das haben wir damals gesehen, als er dann von Thatch die Frucht genommen hat. Und wir gesehen haben, was sich dort abgespielt hat und diesen Blick alleine von Blackbeard gesehen haben, der nicht glauben konnte, was da gerade vor ihm steht, beziehungsweise vor ihm gehalten wird. Und es ist so, dass er aber auch sich dachte, dass wenn er niemals an diese Teufelsfrucht kommt, dass er einfach ein Whitebeard-Pirat bleibt und niemals seinem Plan nachgehen wird. Und egal, wer Blackbeard jetzt sein mag, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass er ohne die Yamiaminomi niemals seinen Plan umgesetzt hätte. Er hat sich halt bei den Whitebeards sicher gefühlt und er wäre ganz normal mit dem weitergesegelt, wäre nur Whitebeard-Pirat geblieben und hätte nichts angestellt, wenn ich diese Teufelsfrucht nach einer schicksalhaften Fügung halt an ihn gekommen wäre. Und so haben wir wahrscheinlich wieder das Konzept, was uns schon mal erklärt wurde. Teufelsfrüchte suchen sich vielleicht auch den Nutzer aus. Und das könnten wir hier natürlich dann in diese Richtung deuten, dass die Teufelsfrucht deswegen auch zu ihm gefunden hat, weil er nichts anderes wollte, als diese Teufelsfrucht und halt sich diese Teufelsfrucht halt gewünscht hat. Und Vegapunks Theorie, dass Menschen ja vielleicht sogar Teufelsfrüchte kreieren beziehungsweise mit ihren Träumen daran schuld sind, dass diese überhaupt entstanden sind, kann es natürlich auch sein, dass du mit deinen Wünschen das anziehst. Und Blackbeard das auch für diese magische Weise gemacht hat. Und letztendlich da die Frage ist, was hat das mit Zerbeck zu tun? Wenn er überhaupt erst diesen ganzen Plan umsetzt und in diese Zerbeck-Richtung geht, wenn er diese Frucht findet, müsste man ja eigentlich schon voll annehmen, was auch eine gewisse Annahme in der Community ist, dass Zerbeck diese Frucht gehabt haben muss. Weil sonst ist die Frage, was denkt sich Blackbeard, wieso er nur damit handeln kann, wenn wir wissen, dass er körperlich sowieso schon ein völliges Monster ist, was uns Shanks gesagt hat, was uns Ace gezeigt hat und auch von sich gegeben hat, als er dann erstmal Blackbeards Kraft zu spüren bekommen hat. Wieso braucht er diese Teufelsfrucht, wenn es nicht einen ganz guten Grund dafür gäbe? Und das könnte man natürlich dann auch in diese Richtung Roxy Zerbeck deuten. Und wir wissen, dass er natürlich eine weitere Teufelsfrucht eines Rockspiraten hat. Vielleicht ist das auch ein Konzept. Zuletzt wollte er die Frucht von Hancock. Vielleicht ist es auch so, dass einer dieser Rockspiraten diese Teufelsfrucht vor Hancock hatte. Ein Rockspirat, der natürlich dann damals schon draufgegangen ist, sodass die Teufelsfrucht wieder in Umlauf kommt und am Ende irgendwie so ein bisschen angestrebt wird von Blackbeard, diese Rocks halt auszumachen. Also er selbst diese ganze Crew in sich halt so gesehen vereinnahmt hat mit Teufelsfrüchten, die sie alle hatten, um dann halt irgendwie König der Welt zu werden. Falls das so ein bisschen in die Richtung geht, was Blackbeard sich dabei denkt. Aber ich denke mal, dass Blackbeard die ein oder andere Teufelsfrucht noch irgendwann mal zeigen sollte und nicht bei diesen zwei bleibt. Also ich denke, die meisten nehmen an, dass er da noch irgendwas haben könnte und vielleicht dann auch noch die ein oder andere Frucht an ihn gerät. Und da müssen wir natürlich noch mal darauf eingehen, dass Blackbeard eigentlich ziemlich genau alles weiß, was er machen muss, wirklich als ob er eine Anleitung hat, eine richtige Blaupause dafür, wie er zu seinem Ziel kommt. Aber wo kommt das Wissen her? Wer hat ihn beeinflusst? Wer hat ihn irgendwie aufgeklärt? Oder wie ist er an dieses Wissen gelangt? Das kann ja auch sein, dass er irgendwie, sagen wir mal ganz simpel erklärt, dass er irgendwie auf ein Buch gestoßen ist und dieses Buch irgendwie dieses Wissen beinhaltet hat. Und dann hat er einfach weiter recherchiert und herausgefunden, was er mit diesem Rocks auf sich hatte und hat halt erfahren, ja, was da damals passiert ist und dass er einfach das, ja, eigentlich nachmachen kann, um eben diese Position zu erlangen. Und das wäre natürlich nur möglich, wenn er die genaue Geschichte von Rocks kennt. Ja, und wie gesagt, die müsste ihm ja dann irgendwie irgendetwas oder irgendjemand mitgeteilt haben. Whitebeard wäre natürlich auch ein Faktor, falls die in einer Crew waren, dass er vielleicht mal hier oder dort davon erzählt hat, obwohl Whitebeard ja nicht gerade gerne darüber sprechen wollte. Aber ich habe noch eine weitere Option, wenn es um Blackbeard geht und die finde ich super spannend. Und zwar, was haltet ihr davon? Die Idee, Blackbeard war ein Sklavenkind auf God Valley. Denn wir wissen ja von dieser großen Brücke in der One-Piece-Welt, wo die Sklaven halt generationenlang bauen, ja. Einfach nur eine eigentlich fast unnötige Brücke, die einfach nie fertig wird, wo halt seit, ich glaube auch 800 Jahren oder sowas, das war, glaube ich, sehr nah ans, wahre, ans verlorene Jahrhundert dran, dass da Generationen hintereinander einfach, ja, diese Sklaven weiterhin arbeiten, eine neue Generation geboren wird, die weiterarbeiten und es einfach nicht aufhört. Und so könnte es natürlich bei God Valley sein, wenn wir wissen, dort ist auch eben so ein großer Pool an Sklaven gewesen für die Tenorubito, dass es auch Generationssklaven waren. Also heißt, Kinder natürlich nachgekommen sind und eins dieser Kinder hätte Blackbeard sein können, was vom Alter passen würde, denn wir kommen nämlich gleich zu Shanks. Shanks, wissen wir, war auf God Valley. Und ich würde es sehr spannend als Konzept finden, dass wenn Shanks dort war, der von Roger gefunden wurde auf God Valley in einer Schatztruhe, dass Blackbeard ebenfalls anwesend war und beide in sehr verschiedene Richtungen gegangen sind. Denn wenn Blackbeard ein Sklavenkind war und vielleicht zu diesem Zeitpunkt wegen diesem God Valley Vorfall und der Ausradierung von God Valley seine ganze Familie verloren hatte, das Ganze aber eher als etwas sah, wo er befreit wurde und Sebek eigentlich dafür dankbar war, dass Sebek God Valley angegriffen hatte, weil Blackbeard sonst für immer nur dieses Sklavenkind gewesen ist, könnte es in diese Richtung gehen, dass Blackbeard deswegen von ihm inspiriert war, dass Blackbeard gesehen hat, wieso er vielleicht freigekommen ist und das halt aus diesem ja eigentlich harten Grund, dass Sebek dort halt alles zerstören wollte und aufmischen wollte und die Tenerubito angreifen wollte und Blackbeard deswegen dem Ganzen nachgeht. Aber es wird erst interessanter mit Shanks und Shanks Bezug auf Roxy Sebek. Und Shanks ist ein Jahr jünger als Blackbeard und vor 38 Jahren wissen wir, er war der God Valley Vorfall und da ist natürlich dann auch Shanks ein Jahr gewesen und ein Schatz, den Roger von God Valley mitgenommen hatte, anscheinend nach diesem ganzen Getümmel mit Rocks, ist es so, dass Shanks in einer Schatztruhe war und ja, dann ganz einfach von den Roger-Piraten aufgenommen wurde. Bei Shanks ist aber das Interessante, er wäre kein Sklavenkind gewesen, denn Finn Red und alles drumherum an Informationen um Finn Red hat uns eins mitgeteilt und zwar Shanks ist anscheinend Teil der Figureland-Familie, denn als die fünf Waisen halt erfahren hatten, dass Uta die Tochter von Shanks war, haben die ja gedacht, oh, da ist sie ja Teil der Figureland-Familie und das ist ja dann natürlich einfach leicht zu verstehen, da müsste Shanks ja das sein und dann hieß es, es ist schwer, da jetzt irgendwie anzugreifen oder an sie ranzukommen und das wirkte natürlich sehr Tenryubito-mäßig und sehr adlich natürlich automatisch und wenn es wirklich so ist, Shanks kommt von God Valley, von den Tenryubito von God Valley, hat ebenfalls zu diesem Zeitpunkt seine Familie verloren, wie Blackbeard, wurde aber von Roger aufgenommen, und ist gut erzogen worden, so ist es dann aber auf der anderen Seite so, dass Blackbeard halt vielleicht ab dem Zeitpunkt niemanden mehr hatte, aber natürlich irgendwann erfahren hatte und nachgeforscht hatte, was passiert ist und auf Sebek gestoßen ist und Sebek als seine Inspiration gesehen hat und Sebek für ihn, ich sag mal, seine Erziehung ausgemacht hat, mit dem Wissen, was er sich halt so angeeignet hat, also er wandelt halt auf dem Pfad von Sebek, während Shanks Roger nachgeht, Shanks, wissen wir, will ja auch das One Piece sich schnappen, was er ja vor nicht allzu langer Zeit dann auch bestätigt hat und ja, für mich einfach immer sein musste, dass Shanks auch ein großer Mitspieler im Finale rund ums One Piece natürlich ist, weil das wollen wir alle sehen, wie er natürlich auch vielleicht gegen Ruffy kämpft und nicht nur nochmal mit Blackbeard da irgendwie ein bisschen einen Zwist hat und dieses Konzept, muss ich persönlich sagen, wäre für mich von allem, was ich mir so selbst jetzt aussuchen könnte, mein Lieblingskonzept, ja, weil wir auch wissen, dass Shanks und Blackbeard sowieso schon mal aneinander geraten sind, ja, nicht nur damals im Oden-Flashback, sondern auch danach, als Blackbeard Shanks die Narbe verpasst hat aneinander zu kämpfen und vielleicht haben die mittlerweile das Wissen darüber, dass die beide von God Valley stammen, ja, die könnten es schon wissen natürlich und ich denke, Shanks hat genug Wissen auch sich über seine Geschichte angeeignet, das würde übrigens erklären, wieso er bei den Fünf Weisen war und über einen bestimmten Piraten Sebeck-Blackbeard sprechen wollte und dass Shanks ein Tenryubito-Kind war, welches Pirat wurde bei den Roger-Piraten natürlich und ich sag mal, eine gute Person wurde entgegengesetzt, das Chaos natürlich und für Gleichgewicht steht und dann hast du das Sklavenkind Blackbeard beziehungsweise Marshall D. Teach, der für das Chaos steht, ja, der einfach Radau machen will, der irgendwie alles an sich reißen will, der alles am besten ausschalten will und es einfach so wie Sebeck handhabt und das Interessante ist einfach, dass diese beiden Charaktere natürlich mit dem Großen verbunden sind, ja, Imu. Imu ist nämlich derjenige, der dann God Valley ausgeschaltet hat und sollte es so sein, dass Sebeck nicht derjenige war, der wirklich direkt mit seiner Crew, die Familien von Blackbeard und Shanks auf dem Gewissen hat, so ist es halt Imu gewesen von Sebeck natürlich provoziert und God Valley wurde dann ja wahrscheinlich genauso wie vor kurzem Lelousia ausradiert und von der Map gefegt, sodass nichts mehr übrig geblieben ist und was auch immer mit diesen Inseln passiert ist, ob die jetzt wegteleportiert wurden oder wirklich zerstört wurden, es ist nun mal so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Shanks Familie und Blackbeards Familie dort rausgekommen sind, je nachdem wann das natürlich passiert ist, nicht sehr hoch ist, ja, und Imu sich dann wohl dachte zu diesem Moment, okay, so diese Insel, irgendwie vielleicht wurde dort etwas ausgesprochen, was Sebeck halt schon wusste, was weder Sklaven noch Tenoribito erfahren sollten und so dachte sich Imu, so wir müssen diese Insel vernichten und ob das, ich sag mal, gemeinsam mit Sebeck passiert ist, dass Sebeck noch dort drauf war und Blackbeard irgendwie, ja, auch in Sicherheit gebracht wurde, so wie Shanks in Sicherheit gebracht wurde, sodass es wirklich knapp war, dass Gab, Roger, die ganzen Piraten und so abhauen konnten, genauso wie Kaido, Big Mom und Co und das halt schon Uranus, falls es Uranus sein sollte, was Imu da benutzt, halt schon im Himmel schwebte und die alle das mitbekommen haben, ja, das könnte ja auch dieser Moment gewesen sein, sodass es wirklich eine ganz, ganz knappe Sache wurde und dann halt drauf gefeuert wurde und alle sich in Sicherheit begeben mussten und Blackbeard ebenso halt irgendwie gerettet wurde, durch, ja, wen oder was auch immer, spielt dabei natürlich erstmal keine Rolle, aber wir wissen ja, dass Blackbeard vorhanden ist und dass er dort irgendwie dann rausgekommen sein muss, aber dieses Konzept, lasst mich mal eins wissen und zwar, was haltet ihr davon, ja, Shanks auf der ganz anderen Seite wie Blackbeard und beide gehen von einem Punkt aus, ja, beide waren auf God Valley, haben dort gelebt, jeweils in diesen beiden Gruppen, Tenorubito und das Gegenteil, natürlich die Sklaven, aber sind dann in jeweils die ganz entgegengesetzten Richtung gegangen, denn eigentlich sind ja die Tenorubito so das ganz große Schrecken der Welt, wenn man ganz ehrlich ist und Blackbeard geht mehr in diese Richtung und stellt das Schrecken dar und Shanks geht dann wieder in die entgegengesetzte Richtung und ist dann eher in der Richtung, wo vielleicht die Sklaven standen und jeweils entgegengesetzt würden wahrscheinlich jetzt auch Blackbeard und Shanks agieren. Eins ist aber klar, Shanks hat ganz großen Einfluss natürlich zu spüren bekommen von Roxy Zabek, denn Shanks Leben wäre ein ganz anderes gewesen, wenn er nicht von Roger dort mitgenommen worden wäre und somit wäre natürlich Ruffy, zu dem wir jetzt mal kurz kommen, niemals so inspiriert worden, genau so zu fungieren oder zu agieren, wie er es nach Shanks Einfluss gemacht hat und vielleicht wäre es trotzdem so gewesen, dass Ruffy Piratenkönig werden wollte, natürlich, vielleicht wäre aber auch doch von Garth überzeugt worden, zur Marine zu gehen, auch so eine Sache, Ruffy wäre vielleicht bei der Marine, Shanks wäre weiterhin ein ganz ekliger Tenryubito-Verschnitt, oh mein Gott, die Vorstellungen sind ja auch ein bisschen lustig und es wäre einfach gar nicht die Story, also One Piece in dem Sinne, ja, um euch mal den Einfluss von Roxy aufzuzeigen, hätte nicht stattgefunden, diese Story wäre nicht vorhanden, ja, wenn man es so sagen möchte, ich meine, Oda hat es in unserer realen Welt entschieden, aber innerhalb der Geschichte dieser Welt wäre es nicht so gekommen und die Marine wäre eine Übermacht mit Ruffy vielleicht zusammen, wenn er dann von Garth trainiert worden wäre und sowas, er wäre vielleicht ein Admiral geworden anstatt ein Piratenkönig und es ist lustig zu sehen, wie eine Person, wie auch in unserer Welt, alles ausmachen kann, alles beeinflussen kann, heißt, er hat immer noch die Welt in seiner Hand, was so spannend ist und einfach dieses Video auch natürlich zeigen soll, wir sind aber noch nicht fertig, ja, die ganze Monkey-Familie ist natürlich mit ihm in dem Sinne verknüpft, ich meine, allem voran natürlich Garth, der mit ihm gekämpft hat, ja, und dort natürlich auch gewisse Entscheidungen treffen musste, sich mit Roger zusammen zu tun und vielleicht ist es sogar so, dass Garth Roger gefragt hat, ob er ihnen helfen kann, wieso letztendlich Roger Garth dazu überzeugen konnte, für Ace zu sorgen, ja, weil vielleicht ist es einfach so, dass Garth ihn was geschuldet hat von damals und deswegen Ace gerettet wurde, ja, wäre auch wieder interessant, weil dann würde der God Valley-Vorfall auf Ace zurückfallen und wieso Ace überhaupt, ja, hätte existieren können, weil damals ja die ganzen Kinder der Marine, äh, die ganzen Kinder von der Marine gejagt wurden, nachdem dann Roger, ähm, hingerichtet wurde, sodass es keine neue Roger-Generation geben konnte, aber kommen wir mal kurz zu Dragon selbst, ja, und ich will jetzt hier nicht die Theorien aufwärmen von anderen mit Dragon ist Sebek oder sowas, wenn die verwandt sind, würde ich es vielleicht sogar noch irgendwie, äh, akzeptieren, beziehungsweise könnte man das sogar machen, wenn Sebek der böse Onkel von Ruffy wäre oder sowas, falls das vom Alter ja passt, weil Ruf Sebek wäre ja eher im Alter von Garb gewesen, wahrscheinlich, irgendwo so in der Generation, also müsste man mal schauen, ob das geht, aber was ich bei Dragon spannend finde, ist, dass zumindest seine Rolle in der Welt eine sehr gleiche zu Sebek ist, er ist natürlich kein Pirat, aber Sebek war ein Revolutionär, er hat sich gegen die Weltregierung stellen wollen, für ihn war das Ziel Weltregierung, ja, und die großen Geheimnisse der Welt und somit hat er sich ja so gegen die Weltregierung gelehnt, dass wenn er das alles herausgefunden hätte und das benutzt hätte, dass die Welt in irgendeiner gewissen verrückten, vielleicht bösen Sebek-weise befreit worden wäre, ja, und wenn wir uns dann Dragon anschauen, der ebenfalls die ganzen Länder dazu bringt, dass sie sich gegen die Weltregierung wenden und wir eigentlich ihn haben, der nicht nur wie Sebek aussieht, sondern ähnlich zu Sebek zumindest agiert, bis auf dieses, ich sag mal, ganz Radikale und Extreme, dass Sebek halt überall angreift und wirklich nur irgendwie Leid verbreiten will bei der Weltregierung, was natürlich auch nicht richtig ist, weil wir ja sehen, dass es dann doch selten mal bei den Terribito auch klar denkende Personen gibt, wie zum Beispiel Homing, ja, der Vater von Doflamingo, der erkannt hat, so, das ist nicht das Wahre, oder Moosgard, ebenfalls einer der Don Quixote-Familie, der ebenfalls erkannt hat, so, wegen den Fischmenschen und dem Geschehen mit Otohime, dass das alles nicht klar geht und interessant, oder, dass die beiden, die klar denken, übrigens Doflamingos Verwandte sind und vielleicht in Doflamingos Blut doch etwas Gutes schlummert, aber dass Dragon natürlich hier, um auf ihn zurückzukommen, als Revolutionär sehr die Rolle ausfüllt von dem damaligen Revolutionär Roxy, Zebeck, ist auch nicht von der Hand zu weisen, ja, und natürlich interessanterweise, dass die sehr ähnlich aussehen, also das finde ich immer noch ein bisschen merkwürdig, dass die so verdammt ähnlich aussehen, aber ich versuche da nicht direkt zu sagen, oh, die sind jetzt verwandt oder so, weil das ist immer so eine Sache, oder hat einen gewissen Artstyle, viele sehen sehr gleich aus, ja, es hat erstmal nichts zu bedeuten, es kann was bedeuten, aber es muss nicht was bedeuten, ja, genauso wie Zorro und die, was waren es, die Shimotsukis oder so, wo uns letztendlich gesagt wurde, nein, da ist keine Verbindung, ja, oder nochmal gesagt hat, so, nee, ist nicht so und Zorro ist da jetzt mit niemandem verwandt. Zu guter Letzt haben wir da noch Imu und Imu dürfen wir hier natürlich nicht auslassen. Imu hat sich so sehr bedrängt gefühlt von Zebeck, sodass er sich dachte, God Valley ausradieren zu müssen. Zebeck, der auf der Suche nach all diesen Informationen war, die für Imu und die Fünf Weisen und die ganze Weltregierung zu gefährlich sein würde, sodass vielleicht sogar, ja, wir wissen nicht, ob das passiert ist, aber vielleicht sogar, Tenryubito von Imu ausgeschaltet werden mussten, um schnell zu agieren, halt, indem man God Valley da ausradiert hat und es vielleicht nicht nur die Sklaven dort getroffen hat, sondern auch die Tenryubito selbst und alle Beteiligten, bis auf die natürlich, die fliehen konnten und Roger und alle Beteiligten, die hätten es mitbekommen können, ja, die Rockspiraten und Co und viele hätten vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch sehen können, was für eine Macht Imu hat und das übrigens, jetzt kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Punkt, hätte erklären können, wieso Kaiser zum Beispiel nie probiert haben, Mary Jo anzugreifen, ja, weil wir haben uns immer gefragt, wieso ist das eigentlich so, aber wenn Kaido, Big Mom und Whitebeard zusammen gesehen haben, was Imu da auf God Valley gefeuert hat, würde das eine Menge erklären, oder nicht? Also das wäre eine Machtdemonstration, wo sich keiner gegenüberstellen könnte, es sei denn mit vielleicht antiken Waffen und Co. Was wollte Kaido und Big Mom sich schnappen? Nicht nur das One Piece, sondern antike Waffen. Und somit war Imu vielleicht tatsächlich gezwungen, zu zeigen, was er drauf hat. Roger wäre dann natürlich auch in diesem Wissen gewesen und das hätte ein weiterer Grund sein können, wieso Roger sich niemals der Weltregierung gegenübergestellt hat und das soll der Einfluss von Roxy Sebeck gewesen sein, Leute. Das ist übertrieben, wenn man das einfach mal nochmal so als Liste abarbeitet. Ich muss sagen, das ist ein super spannendes Thema und wahrscheinlich sind das noch nicht alle Charaktere, ja, wir hätten da wahrscheinlich noch zehn weitere reinwerfen können und mal schauen, wer alles noch ein Roxy Pirat ist, ja, es müsste ja ein bisschen die ältere Garde sein, ja, zwischen, ich würde so sagen, 50 und 80 Jahren würde das so halbwegs gehen, ja, oder Mitte 50. Kaidu ist, glaube ich, so um die Mitte bis Ende 50 und war ja doch noch recht jung damals, aber alle halt, die älter als das sind, die aktuell noch im Geschehen sind, ja, die könnten alle Roxy Piraten gewesen sein und da müssen wir abwarten, wer alles dabei ist und wer alles vielleicht noch das Wissen über Roxy hat, wer von ihm inspiriert wurde. Ist Blackbeard der Einzige? Ist Blackbeard ein Sklavenkind von God Valley gewesen? Ich würde es cool finden, wenn er genau das Gegenteil von Shanks war und beide sich dann sowieso noch mal in die genau entgegengesetzte Richtung entwickelt haben und letztendlich, ja, hoffentlich demnächst dann irgendwann aufeinandertreffen, denn das wird, glaube ich, nicht zu verhindern sein, dass diese beiden sich noch mal sehen und somit würde ich auch sagen, dass Shanks damals mit dem Großei über Sebek sprechen wollte. Ja, das ist für mich eigentlich ziemlich gesetzt, dass er über diesen Piraten noch mal sprechen wollte und erfahren wollte, was da vielleicht genau vorgefallen ist, um Blackbeard mehr einschätzen zu können, denn sonst hätte man vielleicht auch einfach Blackbeard genannt als Name und schreibt mir, was ihr davon haltet, ja, und wie ihr das findet. Also ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Fan von dieser ganzen Rocks-Thematik und vor allem sehen wir mit, vor allem in diesem Video, was, glaube ich, mal ganz nötig war, dass der Einfluss zurückgeht zu Kapitel 1. Wir wissen, dass Shanks halt Einfluss hatte und sein Weg ein ganz anderer gewesen wäre. Somit wäre Ruffys Weg ein anderer gewesen. Roger hat ihn als den großen Gegner für sich gehabt, ja, so wie Ruffy jetzt noch Blackbeard vor sich hat, hatte Roger damals Sebek und ihn halt besiegt und das ist so übertrieben, der Sebek wahrscheinlich bis ins Finale, ja, aber ich würde nicht wundern, wenn es über Blackbeard hinausgeht, bis ins Finale wahrscheinlich, nochmal eine große Rolle spielt. Ob er jetzt zurückkehrt oder nicht, das merkt ihr, spielt dabei gar keine Rolle. Es ist alleine nur, ja, der Wille von Sebek und das ist natürlich eins der großen Themen in One Piece, ja, der Wille, der weiterlebt und die Inspiration, die natürlich weiter getragen wird und da würde ganz gut dazu passen, wann stirbt ein Mensch. Und damit beende ich dieses Video und bis zum nächsten Mal. Adios.